Jetzt haben wir zwei junge Damen zu Gast, die eine kennen sie aus Filmen wie der Bader-Meinhof-Komplex, der Vorleser, Vicky und die starken Männer, Who I am, aus der TV-Serie, Weißen Sie, die andere ist eine echte DJ, und sie kennen sie aus Zirkus-Halligalli, Got2Dance und unter anderem aus Filmen wie Männerherzen, sie haben zusammen einen neuen Film gedreht, und der heißt Traumfrauen. Und nicht nur im Kino, sondern im wachen Leben sind sie auch Traumfrauen, meine Damen und Herren, hier sind Palina Roginski und Hanna Herzsprung. Herzlich Willkommen! Vielen Dank! Palina und Hanna Herzsprung. So, ich habe ja schon eine ganze Reihe Filme aufgezählt, die ihr gemacht habt, zusammen ist das der erste, oder? Ja, der allererste. Ja, kann man sich das eigentlich aussuchen, mit wem man das spielt, oder habt ihr dann, wurdet ihr so unabhängig voneinander besetzt, und dann habt ihr gesagt, ah ok, hallo, guten Tag? Naja, also ich habe es natürlich komplett ausgesucht. Ja, ok. Nein, also ich stehe in Palina, das Vertrag. Ja, wir haben uns alle gegenseitig ausgesucht, Iris Bärben hat uns eigentlich alle ausgesucht. Im Machenleben war es die Annika Decker, die Regisseurin, und auch Drehbuchautorin, die auch Keiner Hasen und Zweierküken gemacht hat, und Rubbel die Katz. Ok, und deswegen ist auch das hier wieder eine tolle Romantic Comedy, mein Lieblingsgenre im Film. Ja, offensichtlich. Ja, Romantic Comedy ist mein Ding. Ja. Das ist, für Hanna ist das, du drehst ja auch häufig sehr ernstes Zeug, ne? Also, du bist ja auch mit vielen Preisen bedacht worden. Kannst du auch sprechen? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir kennen das ja alles nur aus dem Fernsehen hier. Pass auf, wir beruhigen uns jetzt erstmal, und dann reden wir nach der Werbung weiter. Nach der Werbung spielen wir auch noch Blamieren oder Kassieren mit Simon, meine Damen und Herren. Und deswegen bleiben Sie bitte dran, bis gleich. Halina Rosinski und Hanna Herrsprung. Aktuell zu sehen im Film Traumfrauen. Kurz die Story erklärt? Ja, mir kann das so schön erzählen. Na, es geht eben um vier Traumfrauen, Iris Berben, Caroline Herford, Paulina, ich darf auch mitspielen. Und das ist, ja, also die Geschichte Traumfrauen ist ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, weil es geht ja eigentlich, also wer möchte denn keine Traumfrau sein, aber versuchen so ein bisschen, eher so der Traum, eine Traumfrau zu sein und spielen mit ihren Neurosen und sind sehr charmant dabei. Also eigentlich geht es in die Hose, das Traumfrauen sein. Und das, was wir sein wollen, diese Wunschvorstellung, die gelingt nicht so ganz. Und die Abenteuer, die dabei passieren, sind natürlich sehr lustig. Auch ein sehr lehrreicher Film für Männer. Wer spielt denn da mit, wer spielen denn, wer sind die Männer, die da mit spielen? Frederik Lau. Wer kennt ihn nicht? Kennst du ihn nicht? Wen, Frederik, wie? Aber vielleicht kennst du ja zufällig Elias Mbarek. Elias Mbarek kenne ich, der war auch schon mal hier. Ja, hat er uns vorhin geschrieben. Ja, 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 ja. Ja, der spielt mit, der spielt das Love Interest von Leni, aka Hannah Erdsprung. Muss man da mit Elias Mbarek knutschen? Und? Ja. Also es ist ja leider nicht so romantisch am Set, wie man sich das vorstellt, aber ich glaube, er kann es. Ah, okay. Ja, spricht man da vorher? Wie mit oder ohne Zunge? Ja, dass man sagt, so, 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 so. Ich finde es besser, wenn es authentisch wirkt oder so. Ich sage, die haben doch meistens an die Regie, ob sie uns das jetzt geglaubt haben oder nicht. Meistens sagen die mit Zunge. Hä? Bitte, ja. Ich hatte auch eine Kussszene, wenn ich, darf ich das erzählen? Bitte. Ja, okay. Mit Elias Mbarek oder? Nein, mit Frederik Lau. Mit dem berühmten Frederik Lau. Ja. Und Frederik Lau. Es ist ja gar nicht despektierlich gemeint. Wahrscheinlich kenne ich den, weil ich den schon mal gesehen habe. Er ist immer eher in den ernsthaften Rollen. Ich kann mir nur die Namen nicht merken, weißt du, bei Schauspielern, weil die im Film heißen ja nie, wie sie wirklich heißen. Das stimmt. Und er spielt halt meistens, na, du guckst ja meistens Romantic Comedies. Romantic Comedies ist mein Ding. Und deswegen hast du die ernsthaften Filme, wo er eigentlich mitspielt, nicht gesehen. Jedenfalls Frederik Lau spielt Peter Müller, mein Love and Triss, und hat ganz viele Hunde. Annika Decker hat sich eine tolle Szene ausgedacht, auf dem Dach, einen Mini-Golfplatz aufgebaut, da drauf 20 Babyhunde drauf und mich mit Frederik in die Mitte gelegt und der soll mal knutschen und die ganzen Hundebabys auf uns herumkrabbelnd. Süß! Voll süß! Wirklich sehr, sehr süß! Also wirklich, äh, äh, hier. Ich glaube, sie war davon inspiriert. Und auf jeden Fall haben die natürlich, das sind Welpen, und die haben überall hingemacht, also groß und klein, und überall, und die Szene haben wir natürlich ein paar Mal gedreht, und irgendwann lagen wir halt so zwischen den Flecken, so, wie so, äh, diese Schwertkämpfe, und mussten halt in diesem, äh, Ding rumknutschen, und sie hat nicht Cut gesagt, und wir haben acht Minuten lang mit Zunge, ja, zwischen Hundekot und Hundeurin rumgeknutscht. So ist Film drin! Wie viele Minuten? Acht Minuten? Das ist ja Wahnsinn! Ja, mir war ein bisschen schlechter noch. Ja, das können wir vorstellen. Ich kenn's doch Frederik Lau nicht, aber... Er war sehr süß. Ja. Lau wahrscheinlich ein bisschen. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an, aus Traumfrauen startet... Morgen! Morgen! Im Kino. Ja. Traumfrauen. Ich meine, ähm, ja... Kennst du dieses System auch, Stefan? Ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden. So ging's dir beim Textlernen. Das ist ja so, wenn man nur Romantik-Comedy guckt wie ich, dann ist das schon eine kleine Überforderung. Das ist schon sehr viel. Letzte Romantik-Comedy, die ich gesehen hab, war, ähm, hier, wie heißt, Fifty Shades of Grey. Und? Ja, auch eine Überforderung. Ja, aber danach wirst du sagen, wow, Gott sei Dank hab ich den geguckt. Jetzt weiß ich alles. Nee, Fifty Shades of Grey. Ich hab' leider noch nicht gesehen, aber das heißt leider noch nicht gesehen. Äh, habt ihr ihn schon gesehen? Ne, wir gucken nur Traumfrauen. Oder ist das schon für euch? Wie bitte? Ist das was? Hab' ihr ihn schon gesehen? Fifty Shades of Grey. Nein. Nein. Nein, noch nicht. Wollt ihr auch gar nicht, äh, gucken. Nö. Wer hat ihn schon gesehen? Ist hier jemand, der ihn schon gesehen hat? Ja, ein paar Zeichen auf. Und immerhin. Drei, vier. Wer hat Traumfrauen schon gesehen? Haha. Wer wird ihn sich anschauen? Was denn Traumfrauen? Traumfrauen? Ja, ich sehe alle. Es lohnt sich. So. Aber Frederik-Claudi, müssen Sie sehen. Das ist der Hammer, wirklich. Ja, müssen Sie wirklich. Ähm, Traumfrauen ab morgen. Und wir haben noch einen kleinen Ausschnitt hier. Für Sie. Ja, ja, ja. Da warten wir die lassen. Ah! Wie war die Stimmung am Set? Ja, die war sehr gut. Also alle konnten was mit sich anfangen, sozusagen. Ja, es war wirklich ein wunderschöner Dreh. Und eigentlich fingen wir die ganze Zeit an den Lippen von Iris Bergen. Weil sie hat einfach die besten Storys auf Lager gehabt. Mit ihrer Erfahrung. Nämlich? Naja, das kann ich jetzt hier nicht alles erzählen. Das sind geheime Storys gewesen. Aber die ziehten sich dann schon mal den ganzen Drehtag durch. Zogen sich den ganzen Drehtag durch. Ja, aber ich bin ja ausländlos zu klären. Aber lass dich nicht beeilen. Aha. So. Ist uns auch aufgefallen. Ja. Also Traumfrauen ab morgen im Kino. Und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Dankeschön. Dankeschön. Und dann bitte zum nächsten Film auch wieder hierherkommen. Gibt es das ganze Dance eigentlich dieses Jahr wieder? Gucken wir mal. Aber Big Surprise. Big Surprise. Big Surprise. Aber erstmal den Traumfrauenfilm. Okay. Weil das ist nämlich das Sonnplusultralort. Okay. Vielleicht kapiert ihr ja das System dann. Und wendet es auch mal an oder auch nicht. Alles klar. Also ich habe es privat noch nicht ausprobiert. Jetzt ist aber auch gut. Alles klar. Ab morgen im Kino dann Traumfrauen, meine Damen und Herren. Danke.